servus leute in dem folgenden video seht ihr ein paar ausschnitte aus dem remote area medic seminar das ich gehalten habe das werden jetzt meist keine vollständigen kapitel oder ausschnitte sein sondern eben wie gesagt nur kleine einblicke damit ihr das eine oder andere vielleicht für euch mitnehmen könnt und natürlich dass ihr seht ob so ein seminar was für euch wäre und was wir darin so behandeln für diejenigen die das dann interessant finden ihr findet natürlich unten in der video beschreibung einen link zur website wo ihr dann die details nachlesen könnt und auch die termine findet jetzt will ich aber nicht länger quatschen sondern wir gehen direkt zum video viel spaß ansonsten ist euch wahrscheinlich klar tierbisse sind hoch infektiös also selbst wenn ihr da schön deshalb schöne alkohol oder irgendwas drauf tut weil das oft irgendwie tiefer ins gewebe kommt einfach als wurde alkohol jetzt nicht mehr so gut wirkt oder das beta isodon oder sonst was also tierbisse muss man immer extrem aufpassen so wir gehen zurück zu unserem algorithmus wir sind ja einmal schon kurz durchgegangen das ist das womit wir uns jetzt beschäftigen als nächstes ja also wir haben das erste die erste phase im prinzip und das da gehe ich jetzt ein bisschen auf das t triple c vom system her ein t triple c oder das tecc tactical emergency medical casualty care jetzt so care in der feier heißt im t triple c heiße zone oder direkte bedrohung heißt im tecc da haben wir als erstes und ich nehme zwei punkte als erstes weil das ja im prinzip ineinander übergeht weil das noch all beides in der heißen zone passiert also unter direkter bedrohung werden diese zwei sachen gemacht und damit ist direkte bedrohung danach auch durch sie in safety und massive bleeding so also direkte bedrohung heiße zone was macht man da also militärisch ich bin vorhin schon mal kurz darauf eingegangen feuer wieder in deckung suchen feuergefecht gewinnen ja so wenn da drüben der maschinengewehr bunker ist und der typ liegt halt davor weil er angeschossen wurde da kann ich halt nichts machen bis diese bedrohung beseitigt ist genauso wenn ich halt wenn er aus anderen gründen irgendwo zivil gefahrenquellen gefahrenquellen vermeiden sicherheit herstellen brennendes haus unfall auf der autobahn stromleitung der hängt in der stromleitung drin was auch immer immer daran denken eure eigene sicherheit geht vor weil wenn euch was passiert ist keiner mehr da der ihm hilft ja so hart das dann manchmal ist wenn 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 irgendwas seht ihr zum beispiel gut das ist jetzt ein grenz grenzwertiges ding wenn irgendwie keine ahnung da ist ein kind im wasser also im fluss mit hoher mit strömung oder irgendwas und irgendjemand springt hinterher der eigentlich gar nicht gut schwimmen kann ja das ist zwar sehr heroisch ja aber wenn sie dann zwei rausziehen müssen ist halt auch scheiße also wenn man sowas macht sollte man sich schon richtig einschätzen und die gefahren nicht unterschätzen sondern vielleicht halt sonst irgendwie sich kurzen plan machen und sagen hey pass auf halt mich mal am gürtel fest oder was weiß ich irgendwas sinnvolles machen um die gefahr ein bisschen bisschen einzugrenzen so dann den verletzten anweisen aktiv selbst zu unterstützen nur weil der immer so der film der typ wird angeschossen der liga ruft medik medik und alles was er tut ist schreien also wer noch schreien kann kann auch zurückschießen würde ich mal sagen so außerdem kann er sich auch selber ein törnike anlegen weil er hat ja eins dabei in seinem IFAC aber oft denken die dann unter umständen nicht dran weil sie denken okay ich bin getroffen ich bin raus ja jetzt muss einer kommen und und mich bespielen bespaßen so so der medik sagt aber also du bist ja gerade abgeknallt worden ich laufe noch nicht raus ja jeder der first person ego shooter spielt weiß genau der sniper der ist immer noch da da gehe ich jetzt nicht hin und hau die spritze rein sondern da sagst du hier kommen törnike anlegen in deckung krieg kannst du auch riechen hinter die mauer und dann dem halt sagen wenn der unter schock ist oder stress und nicht mehr klar denken kann dann müsst ihr ihm sagen was er machen soll ja halte ich mal irgendwo fest genau ich werfe dir ein seil zu bin es dir um oder halte ich kannst dich festhalten bin es dir um ich ziehe dich raus aus der gefahrenzone ihr müsst nicht immer überall selber hingehen oder ihr sagt jemand anderem hier hol ihn mal raus ich kann nicht ich bin der medik das ist dann der vorteil wenn ihr der einzige seid der medizinische fähigkeiten hat da könnt ihr euch dann sage ich mal manche sachen sparen ja genau einmal soldat james ryan gucken dann weißt du genau wie man es macht oder nicht extraktion des verletzten oder der verletzten aus dem gefahrengebiet das ist das wovon wir gerade gesprochen haben ihr müsst nicht da reingehen ihr könnt auch ihn raus wenn er weit genug raus kriechen kann dann ist ja gut dann könnt ihr ihn da dann nehmen und weiter weiter raus holen lebensbedrohliche blutungen stoppen also törnike anlegen unter umständen wie gesagt wenn das ist das einzige was man macht in dieser gefährlichen zone unter umständen weil die blutung einfach nicht rückgängig zu machen ist aber man versucht den gefallen also den gefallenen den verletzten dazu anzuleiten das selber an sich zu machen weil der liegt ja eh schon da ja ob er jetzt also kann er auch was tun also wie gesagt nicht selber hinrennen wenn ihr nicht sagt okay das hat eine realistische chance dass ich auch wieder rauskomme weil da macht es ja keinen sinn dann liegen halt zwei da und dann könnt ihr euch selber gegenseitig die törnikees anlegen so möglicherweise stabile seitenlage das ist aber wirklich nur möglicherweise also wenn ihr das im vorbeigehen machen könnt sprich ihr wollt diesen maschinengewehr bunker stürmen ja der typ neben euch wird getroffen ihr geht auch in deckung der typ macht irgendwas ja denkst du keine ahnung er liegt auf dem rücken dann packt ihn kurz dreht ihn auf die seite oder auf den bauch dass die zunge falls er jetzt bewusstlos wird nicht nach hinten fällt sondern nach vorne dass er nicht erstickt weil ihr wisst ja gar nicht was er für eine verletzung hat und dann geht es weiter das heißt wenn ihr das so im vorbeigehen machen könnt den typen einfach vom rücken auf die seite oder auf den bauch drehen das heißt möglicherweise stabile seitenlage nur wenn es möglich ist ja und auch nichts anders und stabile seitenlage das muss jetzt nicht die schulbuch lage sein so wie sie auf dem bild ist hauptsache liegt nicht auf dem rücken das alles und warum kommen wir nachher noch mal genauer drauf blut läuft im kreis luft geht rein und raus hat man vorhin schon mal ein normaler erwachsener hat circa fünf liter blut jetzt was ist normaler erwachsener jetzt ist das schon mal unterteilt zwischen männern und frauen also bei männern ist es so im schnitt 4,5 bei männer bei frauen ist es 4,5 bei männern ist es 5,5 plus minus jeweils einen halben liter gibt natürlich auch freaks die haben vielleicht sieben liter weiß der geier aber so generell sagen wir mal wenn ihr einfach von irgendeinem menschen ausgeht der durchschnittlich ist dass man was zum rechnen hat was einfach ist sagt man halt mal fünf liter 10 prozent sind 500 milliliter die werden problemlos vertragen 500 milliliter ist so viel schon ordentlich aber das ist die normale blutspende die ihr macht da passiert gar nichts außer ihr steht kurz auf euch wird schwummerig ihr legt euch wieder hin ihr esst euer sandwich ihr steht wieder auf alles ist gut so nicht dass das sandwich jetzt groß irgendwas mit dem blutverlust gemacht hätte aber es macht halt was für den kopf und es gibt euch zeit dass der körper sich anpasst auf den geringere blutmenge und einfach den herzschlag bisschen nenn ich mal nicht mal leicht erhöhter herzschlag gibt es erst ab 20 prozent ja also zwei so dinger ein liter ist schon ordentlich ne so da muss der körper ein bisschen mehr pumpen damit die gleiche die weniger menge an blut den gleichen druck erzeugt oder nicht den ganz gleichen da habt ihr doch den gleichen den gleichen druck weil leicht gesenkter blutdruck kommt erst bei 30 prozent ich greife vor ich bin halt schon so und da passiert das also eineinhalb liter sind jetzt weg unruhe schwacher puls schwächerer puls schneller herzschlag leicht gesenkter blutdruck leicht gesenkt erhöhte atemfrequenz im prinzip fangt ihr an schockig zu werden aber der körper kompensiert das also es ist ein kompensierter schock lage das heißt alles funktioniert noch er muss nur den motor hoch drehen anstatt mit 3000 umdrehungen läuft es jetzt mit 5000 so aber ihr merkt schon irgendwie könnte man gang hoch schalten aber wenn der gang nicht mehr tut ja fährst jetzt halt mit einer höheren umdrehung und das ist halt langfristig auch nicht so gut aber es ist eigentlich noch kein problem das problem ist immer wenn die ursache noch nicht behoben ist ja also wenn er weiter blutet weil dann bleibt es ja nicht dabei wenn es dabei bleiben würde wäre alles ok alles ok ja so jetzt hat er zwei liter blut verloren jetzt wird es so langsam kritisch ja jetzt wird er lethargisch jetzt hat er einen schwachen puls einen sehr schnellen herzschlag einen niedrigen blutdruck ja also das seht ihr schon das geht von leicht gesenkter blutdruck da merkt ihr schon okay das ist nicht ganz okay auf jetzt geht der blutdruck nicht weil es jetzt nicht mehr kompensiert werden kann stark erhöhte atemfrequenz das ist ein dekompensierter hämorrhagischer schock hämorrhagisch heißt durch blutverlust entstanden und dekompensiert bedeutet jetzt merkte die auswirkungen ja jetzt die ganze zeit blut wird weniger blut wird weniger blut weniger der motor dreht hoch die werte in der mitte bleiben relativ gleich die sinken ein bisschen klar so wie wenn ihr mit dem reserverad fahrt na da fahrt er auch noch eigentlich ganz normal aber eigentlich nicht mehr ganz normal so und dann geht es soweit dass das hier nicht mehr hilft zum ausgleichen der kann hier nicht mehr höher fahren der fährt jetzt auf maximum herzschlag schwer stark erhöht atmung stark erhöht und das wird auch immer mehr jetzt so wie das blut weniger wird ja das heißt er kann es nicht mehr kompensieren er versucht aber noch aber jetzt geht die kurve dann jetzt geht es dann abwärts ja und das ist dann schon sehr schwer das wieder zu fangen also eigentlich willst du den abfangen bevor er da ist weil du hier schon in lebensgefahr bist und wenn du 50 prozent weg hast dann ist das überleben eher unwahrscheinlich also es gibt leute die haben das geschafft ja aber es ist jetzt nicht die regel so nur damit ihr mal jetzt eine ahnung habt okay was macht denn was macht denn wie viel blutverlust ist denn was ja mal ganz kurz wer wer wem ist nicht so ganz klar warum wir das blut warum blutverlust so eine kritische auswirkung hat physiologisch gesehen allen oder weil blut transportiert sauerstoff das ist der hauptpunkt so und sauerstoff braucht oder das blut braucht einen bestimmten druck um überall hinzukommen so wenn es diesen druck nicht mehr hat dann werden gewisse sachen nicht mehr mit sauerstoff versorgt das gehirn wird bis zum ende mit sauerstoff versorgt weil alles andere wird abgeschaltet bevor das gehirn abgeschaltet wird wenn das gehirn mal keinen sauerstoff mehr kriegt dann ist nach drei minuten sende pause ja nach sechs minuten ist ihr einstellen feierabend so aber es gibt andere organe die nieren zum beispiel die relativ früh nicht mehr versorgt werden und wenn die länger nicht mehr versorgt werden dann sterben die und ohne niere ist langfristig auch scheiße sei da auch nicht überlebensfähig also im prinzip sterbt ihr schon früher wenn die nieren kaputt sind heutzutage nicht mehr kann man ja noch was transplantieren oder halt blutwäschung machen oder sonst was aber generell ist es eigentlich ein todesurteil wenn die nieren nicht mehr tun und deswegen guckt man dass man nicht so viel blut verlieren lässt dass die nieren nicht mehr durchblutet werden sondern versucht die nieren durchblutet zu halten auch später wenn man bestimmte behandlungsschritte macht ja so wann ist eine blutung lebensbedrohlich wir haben hier schöne bilder dabei wenn es pulsierend spritzend oder stetig laufend aus der wunde kommt sprich wenn es eine arterielle blutung ist eine starke venöse blutung kann auch lebensbedrohlich sein es muss halt stetig laufend aus der wunde kommen wir sehen es nachher ja mal dann am modell was da wenn man da blut mal rauslaufen lässt wie das so aussieht generell wer kann mir sagen was der was für blutungen es gibt es gibt drei arten von blutungen wenn man ganz kleiner schnitt in den finger weiß jemand wie die blutung heißt aua genau kapillar blutung weil das die kapillaren sind das sind die ganz dünnen gefäße die alles die ganzen letzten enden des körpers versorgen dann was ist die nächst schwerere blutung ja genau also eine venöse blutung welche farbe hat venöses blut dunkel wie verhält sich venöses blut wenn es austritt in diesen drei pulsierend spritzend oder stetig laufend welches würdet ihr sagen stetig laufend genau pulsierend ist dann die arterielle blutung die ist spritzend oder pulsierend spritzend oder nur pulsierend weil der druck vom herzen ist das was den puls macht wenn das einmal durch die kapillare ist und zurückläuft dann ist es nicht mehr da ist keine pulswelle mehr da so richtig sondern ist eher ein stetiger druck da von dem blut das hinterher schiebt da ist noch ein leichter puls aber eigentlich nicht mehr so also es ist komplett also es ist unterschiedlich also wenn es rauskommt läuft einfach und spritzt nicht mehr so dann wann ist eine blutung lebensbedrohlich wenn sich auf dem boden eine blutlache bildet ja so das problem ist jetzt da gibt es auch eine wissenschaftliche studie dazu ohne training weil das wusste ich auch nicht das habe ich auf der letzten auf den auf den trematagen war eine ärztin da die hat diese studie präsentiert da ging es ums abschätzen des blutverlustes anhand der blutlache auf dem untergrund ja und die haben das tatsächlich getestet also nicht im live verfahren sondern halt mit modellen und es war so je nach training und untergrund ist es sehr schwer die menge des verlorenen blutes zu schätzen also es auch das waren ja alles rettungssanität oder was waren profis und amateure glaube ich und selbst die profis konnten bei bestimmten untergründen die menge nicht schätzen ja und die amateure sowieso nicht ja und dann hat man die aber praktisch trainiert hat gesagt okay pass auf das auf dem untergrund ist so und so viel das ist so und so viel das ist so und so viel und dann ging es besser ja aber immer noch nicht gut also selbst nach dem training haben die das falsch eingeschätzt nicht mehr ganz so falsch also ihr könnt damit will ich sagen blutlache am boden ist immer scheiße geht davon aus dass es lebensbedrohlich ist wenn sich eine lache am boden bildet geht nicht davon aus dass ihr abschätzen könnten wie viel prozent sind das jetzt weil das ist eher unwahrscheinlich also ich habe das auch gemacht letztes seminar haben wir auch habe ich danach tatsächlich auch mal gesagt so jetzt haben wir mal zweieinhalb liter blut ausgeschüttet hier und matschig ja nass da habe ich so gedacht so ich dachte jetzt das wird eine größere fläche geben ja also ich hätte jetzt auch nicht gesagt wenn ich so drauf guckte ja zweieinhalb liter locker also man kann sich da echt verschätzen du kannst dich in beide richtungen verschätzen das ist das problem also wie gesagt der punkt ist einfach so verlasst euch nicht drauf dass ihr denkt so ja das sieht jetzt nach nicht viel aus oder das sieht nach total viel aus es kann tatsächlich anders sein so dann wann ist sie noch lebensbedrohlich wenn verbände über einer wunde ineffektiv sind und blut durch den verband sickert das heißt wenn wenn der erste ersthelfer hier schon alles schön umgewickelt hat und so einen weißen verband drum gemacht hat dann heißt das noch nichts wenn nach zehn minuten das ding rot ist und suppt und hier raus läuft dann wisst ihr okay das ist eine lebensbedrohliche blutung weil sonst würde das nicht so rauslaufen also ich hatte das wir hatten das tatsächlich in zwei fällen einer in südafrika bei einer kopfverletzung und einmal in england in der notaufnahme und in england in der notaufnahme da war ich echt ein bisschen schockiert so da habe ich mein praktikum gemacht nach meinem offshore medic lehrgang und da haben wir natürlich auch tourniquets angelegt und so naja war so ein junge der hatte 18 19 oder was freitag samstagabend england war aber relativ früh war noch so um 8 oder so war nicht besoffen oder so aber der hat gesagt ja er ist durch eine glasscheibe gefallen okay und hat sich den oberarm innen aufgeschnitten hat die arterie aufgeschnitten so und er hat ein druckverband gehabt also tamponiert verband drumrum so und dann ich kam und dem haben sie schon blut gegeben er hat auch ein bisschen schiss gehabt und so dann habe ich gesagt so hier pass auf gar kein problem solange hier oben was reinläuft ist egal wie viel unten rausläuft die füllen halt nach kann nichts passieren und er so ah ok gut und dann hat das ding durchgesuppt ne so oder beziehungsweise ich weiß gar nicht ob es durchgesuppt hat dann kam aber der arzt so was macht der gute arzt ich so naja gut der muss ja gleich geht ja eh gleich hier in den op dann wird das genäht und ich stehe so da und dann kommt der arzt und macht diese binde ab und ich glaube die war gut weil die haben die rettungssanys rangemacht macht das ding so ab und dann ist hier woundpacking drin also gas reingestopft zum komprimieren dann pult er das zeug da raus und dann so und er so dann hat er irgendwo so zeugs wieder genommen hat er versucht das ding zu stopfen ja gestopft 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 blut läuft weiter raus reißt wieder alles raus nimmt mehr zeug fängt wieder an zu schnappen ich so das hast du doch gerade schon gemacht was machst du jetzt und ich guck nur so zu er so hier alles okay der weiß was er tut habe ich mit dem ein bisschen unterhalten habe immer geguckt was der typ da so macht und dann hat er das ding dreimal versucht zu packen und hat dann irgendwie dann hat er irgendwann aufgegeben und ist weggerannt und hat irgendwie andere leute geholt und irgendwas ich weiß gar nicht wie es ausging da haben sie eine op geschoben oder irgendwas also das ging nachher gut aus aber ich habe die ganze zeit überlegt ob ich jetzt sagen soll wie wäre es denn mit einem tourniquet oder einer blutdruck man schette die mal aufbläst halt haben die ja da alles um das einfach mal dass er nicht mehr blutet so der typ war total überfordert da denke ich so alter du arbeitest in der notaufnahme als arzt das ist aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe solltest du dich werden auch aktiv im krankenhaus benutzen offensichtlich nicht ja ja ich meine jetzt im normalen Ausrede in england weiß ich nicht ich habe es noch nie gesehen dass es im krankenhaus einer benutzt hat im krankenhaus musst du es eigentlich auch nicht mehr benutzen weil da hast du ja Gefäßklammern Chirurgen ja die wissen was sie tun die machen das dann gleich richtig ja oder jemand der halt die Arterie abdrückt mit der Hand so lang irgendwas also du brauchst dann da kein tourniquet mehr wenn du jemanden hast der weiß was er tut ja und nicht so ein Arzt im Praktikum oder was weiß ich wie so der überfordert war ja auf jeden Fall hat er es halt nicht im Griff gehabt ich habe die Schnauze gehalten weil ich habe mir gedacht so okay muss man jetzt nicht verscheißen am ersten zweiten Tag für mein Praktikum mit den Typen ja schön dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid wenn ihr irgendwas Positives mitnehmen konntet lasst mir doch gerne einen Daumen da abonniert den Kanal macht die Bimmel an ihr wisst ja wie es läuft ansonsten ihr findet natürlich alle relevanten Links unten in der Videobeschreibung und zwar auch den Link zur WE Outdoor das ist mein Partner der die Location hat wo ich die Seminare immer abhalte wir arbeiten sehr viel zusammen in dem Bereich wir gehen auch zusammen nach Namibia einmal im Jahr und wenn ihr euch für Outdoor interessiert er hat auch reine Outdoor Seminare die er anbietet da könnt ihr da auf der Website auch mal vorbeischauen ich bin wie gesagt sehr oft da oben das heißt wenn wir uns da sehen wäre es eine coole Sache ansonsten findet ihr mich natürlich auf Instagram und auf Twitch und wenn ihr Fragen habt könnt ihr mir die entweder dort stellen oder noch viel besser hier unten in den Videokommentaren ich lese alle Kommentare und die meisten schaffe ich sogar zu beantworten also dann würde ich mich freuen wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen bis dahin passt auch viel auf Euer Maik ein wenig ein wenig ein wenig ein wenig es geht ein wenig